Wir alle haben uns schon mal vorgestellt, die wahre Liebe in einem Ritter in glänzender Rüstung zu finden und für immer glücklich zu sein. Aber letztendlich ist das Fantasie. Ist alles okay? Fangt nicht. Ich wurde schon viel weiter von viel schnelleren Pferden als eurem Eisenrost geschleudert. Er hat nicht mal einen Kratzer. Aber offenbar glaubt er, er wäre ein Ritter aus dem 14. Jahrhundert. Sir Cole Christopher Frederick Lyons von Norwich. Zu euren Diensten. Oh, Backe. Das ist alles meine Schuld. Wo sind die Minnesänger, deren lyrische Melodie erklingt? Die sind im Radio. Ich werde ihm helfen, bis seine Erinnerung zurückkehrt. Was, wenn er gefährlich ist? Glaub mir, er ist harmlos. Wir verpassen ihm erstmal ein Kleidungsupdate. So, mindestens ein paar Jahrhunderte. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Ich lasse sie jetzt allein. Aber Sie wissen, dass es nicht möglich ist, durch die Zeit zu reisen, oder? Ich bin hierher gekommen und es spielt keine Rolle, ob ich verstehe, wie. Ein Ritter muss tapfer und tugendhaft sein. Und seine Güte erfahren jene, die nach ihr suchen. Claire! Claire! Rühr dich nicht von der Stelle! Ich fürchte, ich muss zurück nach Hause. Aber meinen Sie wirklich, es ist hilfreich, bei seiner kleinen Illusion mitzuspielen? Wer sind wir schon, ihm zu sagen, er wäre nicht der, für den er sich hält? Und eine Hexe bist du wirklich nicht? Was, wenn Cole tatsächlich der ist, für den er sich hält? Was, wenn Dinge jenseits unserer Vorstellungskraft existieren? Dann schlage ich vor, ihr beide lasst euch mal am Kopf untersuchen. Du musst nicht gehen. Ich habe keine Wahl. Wo immer du bist, möchte ich mit dir sein. Niemand hat sein eigenes Schicksal in der Hand. Gut gefangen. Ruhig, Milady. Wir sehen uns ¡ings! Die Welt. reinst in einem richtigen Shot Mein Sana fahren und sagst ja2017. verse